We treated thousands of patients with fast braces in our 15 offices in Texas. The patients were very happy. It's amazing technology. Fast braces is natürlich besonders für diejenigen Patienten geeignet, die unter Termindruck stehen. Darüber hinaus auch noch schmerzempfindliche, ängstliche Patienten, denen man sagen kann mit dieser Methode sind fast keine Schmerzen bei der Behandlung zu spüren. So, mit dem System Fast Braces, haben wir die Möglichkeit, der Terminale-Treatment viel schneller zu enden, in comparaison mit den anderen Systemen orthodontischen. Fast Braces ist eine sehr gute Anerkennung für meine Patienten. Bis jetzt bin ich sehr glücklich. Ich habe den Kursum-Basik seit einigen Monaten und jetzt bin ich in der Anerkennung, mit vielen Willen zu implementieren, neue Techniken, die Fast Braces Turbo-Turbo-Test. Und wir sehen, dass die Patienten viel mehr Paulatine und viel schneller sehen. Viele Patienten benutzen Fast Braces-Treatment, weil mein Name sagt, dass es schnell ist. Und wenn es sehr kompliziert ist, kann es sich um 60 Sekunden zu lösen. Ich mache Orthodontik für viele Jahre und ich benutze den Strait-Wire System. Und als ich angefangen habe, als ich angefangen habe, ich konnte mehr in einem viel schnelleren Zeit machen, mit viel mehr für den Patienten zu machen. Und das ist wichtig, dass ich sehr glücklich hatte, denn in ein paar Wochen waren sie zu sehen, und sie waren gespannt, über die Treatment. Fast Braces unterstützt neue Technologien, die ermöglicht die Technologien zu verändern. Es ermöglicht die Technologien zu verändern. Es ermöglicht die Bracket- und Wire Design, die ermöglicht die Formen zu werden, um die ganze Welt zu verändern. Das ermöglicht die Formen zu verändern. Das ermöglicht die Technologien zu verändern. Mit Fast Braces-Treatment, ich kann die Prostodontik-Treatment machen, die ich liebe. So dass die Teeth in der idealen Location sind, dass ich die Veneers und crowns machen kann, in einem Zeitpunkt zu machen. Es ist unglaublich, dass wir die Patienten sagen, dass es eine Möglichkeit, dass diese Teeth und die Orthodontik-Treatment in einem Jahrzehnt. Wir sprechen über 120 Tage. Wir sprechen nicht mehr über Monate, oder sogar Wochen. Wir haben das in einem Jahrzehnt, mit der TURBO-FAST Brace Bracket. Ich denke, es ist einfach eine fantastische Sache. Fast Braces ist unglaublich easy, denn wenn du eine Braces-Treatment vor hast, dann alle die Prinzipien sehr unterschiedlich sind. Die Technologie ist anders, und es funktioniert mit lowen Fortschritte.